hallo hallo willkommen ich weiß ja ob die Maus spielen soll oder nicht doch 1.3 Version 1.3 ist drin jetzt mit neuen patch auf vier tage fast ich war nicht mal ein neues spiel machen jetzt lange kein neues spiel bei mir ist das mal aber jetzt bin ich ja mal ein neues spiel wir spielen wird es angezeigt überhaupt mal gucken zwei spiel ja game oder mode survival gaming news genau das passt schon alles und deswegen habe ich das gemacht und zwar diese late das ist ein survival spiel ich glaube ich habe richtig mit zwei bespielen wir spielen heute halt diese late und versuchen mich zu survival und das klappt das klappt nicht schauen geht gleich los ich muss meinen kurz daraus einstellen klinigkeit ja gut genau passt schon da hin so sind gleich wieder da in und 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 Amen. 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 Hallo. Willkommen. So. Ich glaube Musik ist immer zu laut. Warte ne. So. Fangen wir mal fahren. Amt. Weiß Optionen auch andere Optionen. Game Optionen. Anlebens. Hör. Jörg. Game Optionen. Gern. so kontinu hat prolog connect prolog und hallo hey na alles klar wird hier rex rexo x gamer hallöchen hd wir spielen neue spiel und das ist also das neues update ist vom vierten sechsten rausgekommen ich habe es leiser geschehen eigentlich den ton das laut ist danke schon für den host hey colex servus vielen dank für den host denkt danke für deinen follower gern gestehen mein stream hat mich das ist gern geschehen so ich jetzt erst mal spielt das ganze für mich also nicht wundern ja ich muss mal gucken ist die musik ist laut meiner meinte nach irgendwie ich weiß nicht so es dröhnt ein wenig und meine ich das nur mal sagt ob es von der lautstärke ok ist oder nicht ist extrem laut ich habe schon leiser gestellt aber es ist sehr laut so essen müssen wir trinken und das ist unsere gierleiste da kälte haben wir auch noch also komm jetzt hier mal kurz dran kommen ok mal schauen mal stecke ist okay jetzt ja auf jeden fall sehr gut ich hoffe dass jetzt auch nicht zu leise gemacht habe jetzt aber keine große waffen nur das messer kann man nicht habe ich auch keins und das ist aber nicht gut ja es ist ein russisches spiel oder polnische spiele dem man sieht es ein bisschen an in sprache hier an den buchstaben mal schauen das erste mal laut ist übertrieben laut kann ich sagen oder ich würde mich freuen oder so dass ich irgendwie ein reichweite erreiche hier wenn ich streame ok wenn du magst kannst du dich posten und du hast es mich mal oder ja es ging darum dass ich gerne ausschließen möchte die neue sind noch klein sind wie auch dem noch immer indem ich sie einfach mal hoste und entsprechen die zuschauer mir die ja bei mir sind aber bei ihnen vorbeischauen und rate machen wenn ich mache nachdem ich aufhör zu spielen das war also die oder ist die grundidee dass wir uns gegenseitig unterstützen können damit die flaschleifte das ganzes neues ich kann nur was immer der wohl tot ist das dachte ich gefasst habe ich freue ich mal neue waffen oder so aus wenn man nicht schlecht oder ich danke sehr das finde ich toll wie bist du eigentlich heute morgen auf meine stimme kommen ja ich war fertig mit meinen horrors spielen so zu sagen einst aber ich höre uns da wollte ich einfach ein bisschen rumgucken genauso als online ist um die uhr zeit und da habe ich einfach mal ein follow gemacht erst mal geschrieben dann vorher gemacht weil ich dachte man könnte vielleicht zusammen mal irgendwas machen spieler die man zusammen spielen könnte halt mal gucken es ging mir aufsicht darum dass ich dann die ja wenn du am stream ist also also hoste dass ein paar mehr leute zu der rüber kommen wenn ich feiern mache das dann rate mache zu dir rüber ich schicke die leute an fünf stück aber ich habe da noch nicht gemacht das würde ich dann machen weil ich meistens schon lange unterwegs online ziemlich angst 1 2 uhr ist kein problem dankeschön für den host rex und den sprechen wir uns alle gegenseitig hosten zwischendurch mal dann haben wir die chance ist die chance höher dass wir mehr zuschauer kriegen und damit die chance höher dass wir vielleicht dass ein paar mehr leute zu schauen und direkt und dann halt uns gegenseitig wird jetzt nachher jetzt wird das angezeigt left shift what war das denn jetzt ich dachte wenn so weit bin ich für keine umgespräch was ist es ich sehe es ich habe nie zuvor aber was ist es ich habe nie gesehen mit riesenratten creator code ist bis jetzt mein wunsch die leute zu unterhalten ok sollte auch ein guter erfolg werden ok greifen wir nicht an die ratten er sein können erfolg werden in meinem stream wie es unterhaltung am wichtigsten das ist gut und wenn du das hast ja ich bin durchlaufen einfach Ich dachte, ich habe hier das falsche Spiel eingetragen, wenn es so weit will, ist das das? Ich weiß nicht, dass es nicht so weit ist. ich habe ja noch spiel war mal bis du gerade im spiel drin und spielst oder testest du ich will gerade im spiel ich teste das spiel was ich auch damit aus ich habe werden schlagen spielt auch nicht reingucken ich darf eigentlich ein spiel gewesen er ist verrückt anscheinend ist auch ein bisschen tot und das war keine haare weil er im stream anzeigt dass da nichts passiert fest hängt er fest aktualisieren mal den stream dann also die seite muss ich ganz aufnehmen ja ok ich sehe gerade schon dankeschön ich muss eben anders umstellen ein bisschen ok gut das habe ich jetzt nicht normalerweise klappt das ohne vorliebe aber nicht der bildschirm ich hoffe jetzt ist es nicht das ruckeln oder nicht das standbild haben wenn doch sagt bescheid so ich aktualisier mal kurz ja der hat fenster gemacht weil ich dachte für einen sinnvollsten weil es am schnellsten ist aber irgendwie doch nicht also wird das ist jetzt eigentlich sehen ich habe auf bildschirm aufnahmen gemacht da sind alles vor meinem bildschirm auf es muss eigentlich klappen sagt mir bescheid wenn er alles sehen tut und die wehung aussieht weil der ton ok ist und die tonspiel auch ok ist ok war ja eben schon ok hab ja eben schon gesagt und keine waffen nichts das habe ich das habe ich gar keine anscheinend ok interessant auch nicht weiter ich kann keine waffen kopf das ist doof jetzt geht ok jetzt war ich einfach nur fenster aufnahmen macht und jetzt mache ich gerade bildschirm aufnahmen deswegen klappt es jetzt auch ich brauche vielleicht später mal hilfe wie man auf pc streamt mit dem richtigen einstellungen da ich auch zwischendurch gerne mal wolf team streamer möchte aber bis jetzt noch nicht die richtigen einstellungen haben ok er kommt es kein problem das ist eine kleinigkeit eigentlich ich habe gar nichts traurig traurig ich habe noch nichts außer der komischen mütze hier scheint keine ahnung was ist da ist nichts drin da ist nichts drin da ist nichts drin da ist nichts nackt aber das spiel 80 fs gerade gut also mit 60 vertragen aber 80 hier kann ich nicht durch das ist wiederum nicht gut der dritte langsam am rad durch ganz weit schon das ist merkwürdig so ich bin dann mal weg muss mein kind okay eins ist noch nicht im bett gleich im bett ist alle tot hier kann ich auch nicht durch durchsuchen oder kram untergehen angucken der rumpelt auch ein bisschen von ton her das ist echt doof ich kann nichts machen noch nicht weil ich noch nicht viel habe das ist das problem wichtig kann ich kippen nix was zurück glaube ich so so und und ich und ich ich kann ich auch nicht nutzen Haschenbecher ich kann die nicht nehmen das gleiche ich habe mich darauf vorbereitet das ist ja scheiße nochmal bumm ja okay 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 ich mache den ganzen so okay Ach, da hat er so einen. Waffel, gefährlich. Ich habe gerade einen Stein gehabt, ne? Ich habe hier jetzt keinen Stein mehr. Nett. Das ist ein Croft-Menü, alles. Okay, was kann man auch machen? Ich muss ja die Sachen finden, irgendwie. Dann geht es ja nicht. Aber ich muss die Sachen nur finden. Ach, Rechner. Ich frage mich gerade ein bisschen, was ich hier machen soll. Das Ding ist ja kaputt. Hier sind irgendwelche Fässer. Und von mir ist der Typ, der verrückt ist. Und dann wird man bis unten durch. Das ist ja sehr lehrig hier. Aber ich kann nichts sammeln, das ist das Problem. Das Ding ist da. Das stört mich ein bisschen. Hier ist das komische Schatten. Was kann ich zu ihm? Das geht alles nicht. Ich kann also nichts machen. Das ist... Requel. Von den ganzen vorigen Vorstellungen. Irgendwie. Aber ich kann nichts nutzen. Oder... Da komme ich auch nicht so richtig hin. Ich habe gedacht, den käme ich hin. Hier ist das mit den Toten. Die ich ja auch nicht looten kann, leider. Oder so. Ich kann nicht hauen. Aber da habe ich nichts voran. Den ja auch. Aber wie gesagt, ich habe nichts, was ich sammeln kann. Hm. Okay, okay. Das Ding geht hier auch nicht so richtig. Ich weiß nicht warum. Das ist ein Mülleimer ein doofer. Der geht auch nicht. Hier kann ich ja auch nichts groß machen. Ich kann auch nichts kaufen oder sowas. Okay. Ja... Get... Get... Eh... Wo kriege ich eine Waffe her, frage ich mich gerade. Das ist ja nur Prilog, alles nur. Ich muss ja eigentlich das Spiel an sich spielen. Ich habe noch keine Waffe. Ich kann auch keinen Türlauf machen, das ist voll blöd. Ich habe auch keine Waffen hier. Ich habe jetzt keine gesehen. Schatzblut. Da kann ich auch nichts machen, da kann ich nichts machen, da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts. Hallo und willkommen, schön, dass ihr da seid, zu Dissolution, also Dissolate benutzt sein. Ich muss auch nie an Waffen kommen, ey. Ja, das ist strange, der lacht sich eigentlich ab. Da reden wir sie selber vor allen Dingen. Das ist auch sehr merkwürdig. Hm. Ich glaube, ich soll abbrechen und tun wir das anders machen. Ich finde hier keine Waffen indirekt. Hier ist wirklich nichts an Waffen zu finden. Aber Essen und Durst habe ich schon. Hm, das geht doch. Was haben sie alle treffelt? Aber die Abfrage ist nicht so gut. Da kann man auch schon Waffen töten. Ich habe ja schon zig Waffen hier gefunden. Ganz ehrlich. Und der findet keinen einzigen Waffen, der Typ. Hier sieht es nach Waffen aus, ne? Aber hier ist auch nichts zum Aufmachen oder so. Bist du da recht, dann kann man auch nicht nutzen. Da kann man auch nichts aufmachen. Hier kann man auch nichts machen. Trowstone. Hä? Hä? Verschwunden. Mach so viele Steine her. Bron. Aha! Ich habe es nicht. Dieuen Site. Nein und also ist noch die prolog ist eigentlich vielleicht prolog city haben drawstone nicht durchwerfen ich muss nicht sprinten echt eine frage hier keine angst hin man kann nichts machen hier ich denke ich werde das spielmarschlag das ist alles noch vorgeschickt lenkel hier ist der druck drauf hier ist keiner dran ich kann hier nichts machen grundsätzlich das ist echt ein problem wenn ich es machen kann kann ich nicht fortschritt machen kann fortschritt machen natürlich fenster durch ich kann hier steine hinwerfen auf die tippen da hat er kein voreingeworfen das ist ja eine fußi da gehen wir zurück ich habe jetzt ein ganzes spieler mit raus hallöchen krisen hier drin spiel keine sorge willkommen wie geht's hello ich will das geradeaus ein bisschen ich wollte spielen aber es hat ein paar kleine fehler schon gesehen bei den prolog deswegen spiel ich kein prolog jetzt und ich mache das richtige spiel und kein prolog ja ich bin sicher wie geht's dir denn so feit feit 18 feit 18 wie wir haben uns hallo willkommen wieder ein bisschen desolation desolate ich probiere es aus das ist ein neues spiel für mich noch ich habe es noch nicht gespielt hallo willkommen ich wollte mehr spielen warum warum ist das jetzt einfach mal geschoben wurden keine ahnung ja es scheint irgendwie ein survival horror zu sein aber ich bin nicht ganz sicher warum gibt es ja kerzen und strom das ist doch irgendwie voll altmodisch türen haben die schlösser das ist ein hauerschwinger muss ich gucken alles mal rüber was man brauchen könnte sk bunker warum ich immer alles abhauen soll aber na gut habe ich schon was beschlagen was das ein bisschen großer schalter finde ich wenigstens nur für die eine lampe so ein riesen schalter na ja warum auch nicht das ist ein bunker ja warum ist leicht ist der grün ja von wo jetzt kein grünes licht und der leuchtet auf grün ok halt für funktioniert das ist schön das ist schön dass es klappt das türen nicht aufgehen heißt ich muss einfach hier rausgehen ja ich soll das bunker rausgehen habe ich gesagt ja 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 Verdammt, Madman. Ich bin die Voluntier-Ranks in der New Light Conglomerate, um zu helfen, um unsere Land und der Welt zu dem, wie sie damals waren. Um zu eliminieren, die all die schrecklichen Dinge, die jetzt unsere Planeten haben. Das Schum, das Ognon hat in der Existenz. Unsere Ranks waren nicht nur von Voluntier-Ranks, natürlich. Sie waren auch Personen. Aber ich dachte, dass das fair war. Insofern können sie sich in den Augen der Gesellschaft wiederholen, als sie ihre Vorteile zu tun haben. Vielleicht finden Sie das schwer zu glauben, aber Grunichni ist pure hell auf der Erde. Das ist, wo es alles begann. Und das ist, wo ein Neu-Light-Plantern sich in den Augen der Welt zurückgezogen hat. Im Briefing haben sie uns gesagt, dass die Gefahr uns hier erwartet. Sie schreit auf alle Umstände. Mörder Gefahr. Und nicht nur von den Kreaturen, die das Ognon hat, sondern auch von den Krankheiten. Oder so haben sie die Paranormale Anflikten. Ich wusste nicht viel über diese Dinge. Aber ich wusste nicht, dass ich auf meinem Garten bleiben musste. Ich muss gegen die Kämpfe. Ich komme gleich wieder zurück und greife mich an. Das war sie jetzt schon. Was ist denn das? Wer wirft komisch. Hey. Da war ja schon Energiekosten. Ich habe keine Ahnung. 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 Was schön einfach. auch gut so lang sollte ich das überleben hier Ähm, ja. ich muss sagen für mich fand ich nicht wirklich wohl hier ich werde nicht lange überleben glaube ich hier wenn es so geht und wie heißt ich sehe ich das mit der spitze da hat irgendwas von keine ahnung Ah, weh, irgendwie sowas in der Richtung, ey. Ah, weh. Ah, weh. Okay. Ach, es sind so viele Gegner hier. Ah, der hat das alleine aufladen sich gerade, richtig? Nach einer Weile. Ich glaube hier stehe, mal gucken, ob er sich wirklich alleine aufladen tut. Das ist ja gar nicht nebenbrochen. Ich bin versteckt. Also kannst du auch verstecken. Okay. Okay. Find the lighthouse. Na dasch. Na dasch. Na dasch da. Ja. Ich weiß nicht mehr. Ja. Ja. ich habe gesagt nicht das was langweilig das spiel weil es ist schwierig zu sein macht er hat auch eine halbbarkeit sich gerade dann läuft kann er auch nicht ich will den nicht immer weg laufen kann er jetzt auto gehen damit fahren wölfe gibt es anscheinend auch hier richtung vier meter warum kann ich hier reingehen mit dem auto fahren ich will nicht schlafen in ruhe ja was hier 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 hier